Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Aion, heute mal ganz alleine ohne den lieben Tyrox, denn der genießt das warme Wetter gerade in der Schule. Und ich brauche aber wieder 1, 2, 3 Aufnahmen und ja, was machen wir? Wir erledigen unsere Quests, erledige den Glanze Maro, sprich mit Zegg, ich sehe das hier kaum. Ihr seht, das ist eine ganze Reihe Quests, die wir hier erledigen müssen. Wir gehen einfach erstmal zum ersten hin. Oh, die muss ich auch killen? Okay. So, ach das ist hier, gefälscht, besiege die Gelbhorn Finguinguus. Oder wie die Dinger auch immer heißen mögen. So, Nummer 2. Hier kommt schon der nächste an. So, da oben ist Nummer 3. Warum renne ich nicht eigentlich die... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum ich gerade jetzt hier hoch renne. Ah, da oben sind Quests, okay. Okay. So, und da ist der nächste. Uns fehlen ja nur noch 6. So, mit denen habe ich nichts am Hut und da kommen wir sowieso nicht so einfach hoch, oder? Kommen wir hier hoch? Nein, da müssen wir sowieso außen rum. Das heißt, wir können außen rum die ganzen Knubbelbälle hier umhauen. Wenn ich gerade so eine lilanen springenden Pilze angehüpft komme. Euer Ziel existiert nicht. Ja, ja, weil wir schon lange umgehauen haben. Ich weiß... So, 4 noch. So, mal ganz kurz hier etwas schlürfen. So, hier ist der nächste. Zwei noch, da rennen wir halt einfach nochmal zurück. Ist ja nicht schlimm. Und einer noch. Das ist der dicke Klops. So, die haben wir erledigt. Jetzt müssen wir sowieso da hoch. Kurzen Schluck Kaffee trinken. So, das dort ist gesperrt. Das sieht man. Erstmal geht man die Quests ab. Gesundheit. So, mit dem müssen wir natürlich reden. Ist der nicht anders? Egal. Ja, spreche ich doch. Darf ich mir was aussuchen? Ach so, okay. Ja, gut. Also, wir machen heute nur die ganzen Nebenquests. Dass wir dann, wenn Tyrox wieder dabei ist, die Hauptquests weitermachen können. Ja. Das ist das falsche Ziel. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Das ist das falsche Ziel. Eins. Zwei. Drei. Drei. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Ja, das war's schon. Mit der ersten Hälfte der Quest. Jetzt müssen wir nochmal so eine Kugeldinger hier umhauen. So, eins. Zwei. Zwei. Und Nummer drei. Ist hinter uns noch einer, äh, respawn? Nein. Und ist das jetzt Nummer vier. Zwei. So, keiner respawned. Also bist du Nummer fünf. So, Quest erledigt. Die geben wir jetzt ab. Ja. Die kleine Cassie, die hinter mir herrennt. Läuft bei ihr. Was ist los, warum bin ich so schwach? Der hat noch eine Quest. Ja, spreche ich doch. Ja, spreche ich doch. Okay. Es ist ein Teleporter. Äh, möchte ich aber noch nicht hin. Warte mal. Hier. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Okay, da haben wir wieder was abgegeben. Jetzt gehen wir natürlich erst mal da runter. Und, da sind noch diese blauen Knubbeldinger. Beziehungsweise, wir müssen da hoch. Oder? Da unten lang? Da oben lang? Wir gehen unten lang. Schade ist, dass man hier nicht sprinten kann. Oder dergleichen. Das ist ja... Das fehlt irgendwie in Game. Dass man immer so langsam unterwegs ist. Das ist ein bisschen nervig. Ernsthaft? Du siehst, du hast keine Chance gegen mich. Äh, da lang. Ich glaube, diese Korallen-Xilly-Dingsbums-Teile, die greifen mich nicht an. Auch wenn die einen roten Namen haben. Äh... Äh... Egal, wir gehen erst mal da unten hin. Äh... War hier nicht irgendwas? Glanzemaru... Besiege den Gold-Harpin-Dings. Vernichte Wurzel-Botor. Oh, firemen... Bäh... Ja... Guuuude... Oh ja, komm. Da oben pümmelt da rum. Was ist denn das hier, Ena? Wir versuchen... Ach, wir müssen mit dem reden. Ach so, okay. Ich habe nach euch gesucht. Äh... Ja, gut. Ach du Heimatland. Äh... Ich würde sagen, wir düsen da nochmal zurück. Denn wir müssen in diese Richtung. Und da gibt es die anderen Quests. Ich hoffe, die sieht mich nicht. Sehr gut. Alter, alles klar. So, aber... Die anderen Quests machen wir in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr seid da wieder mit dabei. Und ja, lasst uns da oben da, lasst Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt. Genießt den Tag und bye bye. Tschüss. Nie. Davas. Getrav. Bye. Tschüss. Vielen Dank.